bei dir lädt das spiel ich habe nicht mehr den schnellsten pc leider ach was weiß was mir gerade auffällt der daniel ist gar nicht in unserer party mehr drin was ja ich komme rein in unsere party daniel ja ja bei mir ist noch dieses wie viel ich geld bekomme ich habe mit uns setzt sich bei an meine seite da wird es jetzt mal was ich habe dir schon eine einladung geschickt ja ich meine die anzeige geht nicht weg rundenbasierte kämpfe mit gemischten teams aus helden und infanterie einheiten den modi sieht lustig aus ich zurück ins hauptmenü ach da bist du drin gut ja ja ich muss mir eben conillus tracks einladung noch ablehnen dann machen wir mal einfach einen kampfläufer angriff aber ich würde gerne das auf so 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 ach du meinst hier so lust glaube ich oder ja das wird dann soll los sein wahrscheinlich daniel schon drin das einnehmen so rebell sind ja 9 hoffentlich läuft das spiel nicht noch mal schon bei mir steht wird spiel bei und danach eine 9 wir spielen ja noch ein bisschen wir machen noch ein bisschen länger weil ich habe ja lange probleme gehabt wir wollten ja schon nur anfangen natürlich super geklappt ich glaube ich habe um 9 uhr 30 angefangen deshalb wir machen ein bisschen mehr hallo professor creep die erschaften im stream im chat sind die schon ein bisschen traurig dass wir das schon so früh aufhören wenn man es auf youtube sieht das video sieht man es ja nicht man sieht es auch aktuell eigentlich nicht weil der chat nicht eingeblendet ist weil obs ich war ja noch so schlau weil ich ob es gerade geupdatet habe hier mit jemandem kontaktgranate jetzt hier schluss mit an hatte so du kannst gerne meinem arbeitgeber sagen professor creep dass ich die 48 stunden stream machen muss 48 stunden so schnell gemacht wieso denn das wieso nicht das mich raten rebellen verlieren wir werden jetzt abgeschlachtet wenn wir reinkommen läuft zwar mir das spiel gerade völlig rum ich habe 20 bomber und kein art art erlebt mehr ich glaube das ist so nicht mehr ganz korrekt mein gott mein gott Sehst du die Walker irgendwo? Gerade? Nein. Wackt das Spiel also bei dir auch so rum? Ja. Ich bin völlig verwirrt. Ey, du bist ja mein Partner. Cool. Ja, weil wir in einem Team sind. Das gelingt euch bis 8. Ja. Nimm das, Rocks! Die da ist einer, der kann ja immer was. Aufpassen! Sturmtruppen in Sicht! Zählerfassung des Y-Wing abgeschlossen. Mann, ey. Jetzt freige ich ja nur noch hier. Natürlich! Helmloser bedeutet nur, der spielt schon so lange, dass ich den Helm frei gescheitest hatte, beziehungsweise den Helm ausziehen zu können. Und die sind tot. So, irgendeiner von den Idioten sieht mich. Und ich bin auch tot. Mist. Ich bin zu blind für solche Spiele. Oh, ich bin Imperium. Ja, natürlich bist du Imperium. Wir sind alle Imperium. Hä? Ich bin Rebell. Du bist... Ah, Moment! Stimmt! Hm, dann sollte ich mal auf die Weißen schießen. Mir ist das Spiel irgendwie rumgebacken, dass ich nicht beitreten konnte. Ich hab's einfach neu gestartet. Dein Ernst! Hab ich die erschossen? Nein! Man kämmt sich nicht von der Kanone hin und da schießt dann die Leute vorhin. Ich bin ein Arschloch. Ja, das darf ich ungefähr. Aber die haben ja daraus gelernt und die Kanone zerstört. Ich wollte eigentlich mit dem ATS-D-Ausschalten, der da stand. Aber irgendwie... Davor wirst du sterben. Waren die anderen lukrativer. Wieso? Nein, nein. Lass mich da durch. Endlich! Commander Skywalker! Er wird das rechten! Er wird uns rechten, genau. Oder richten. Irgendwas, was ich gesagt hab. Ich hab mich selbst die Luft gejagt. Nein! Der Flug räumt da hinten ja richtig auf. Natürlich, er ist ein Jedi. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Mist, ich bin ja schon wieder... Wo seid ihr, Imperium-Abschaum? Ich versuche gerade den Skywalkern zu sprechen. Das klappt aber nicht für dich. Aber er ist tot. Scheiße. Er hat doch gekauft. Wieso habt ihr so viele... Okay. Weil jetzt sind die Walk eigentlich noch entfernt vom Ziel. Geht das Game überhaupt noch zu Ende? Ja, ich hab auch diesen Bug. Habt ihr den Bug, dass der AT-AT zerstört ist? Beide sind zerstört sogar. Ja, genau. Gut, dann bin ich also nicht der Einzige. Irgendwie habt ihr 20, äh... Y-Wings. Ja, genau. Ist der ja Unlimited-Server. Ja, siehste mal. Ist ein richtig gut halt. Mit 20 Y-Wings. Scheiße, und ich spiel so ne gute Runde schon. Ja. Ach, da ist der Dani. Hallo! Ja... Ich hab sogar Zeit, deinen Namen zu lesen, bevor ich dich töte. Vielleicht sind wir vielleicht in einem Jahr fertig mit der Runde. Ich weiß es nicht. Findet leider kein Ende für mich an. War ein bisschen so, das zu entdecken kann man dabei. Ey, das ist ja Puff. Scheiße, man hat mich gesehen, obwohl ich ein Ninja bin. Sterbe ich in der Lava? Hm, ja. Es tut ein bisschen weh an den Füßen. Also echt, Daniel. Lauf mich immer wieder vor die Flinte. Ja, aber als du läufst... Oh, du hast ein AT-AT. Äh, äh, doch. Ne, AT-ST. Und, treff drehen. Geil. Boah, vorbei. Der schießt sich schon auf unsere eigenen Verbündeten. Scheiße! Ich hatte einfach da stehen bleiben sollen. Das hatte nie jemand gemerkt. Nein. Aber ich glaub, äh, der Server geht echt einfach unendlich. Ja, ich glaub, das ist ein Fehler. Aber kann man nutzen, um richtig schön zu schießen. Sonst können uns die Y-Wings nicht helfen. Ich glaub nicht, das ist im Sinne dieses Streams, oder? Na, egal. Mach Spaß. Du lässt mich jetzt mal in Ruhe. Au. Das war mein Stuhl. Mist. Äh, ist AT-AT. Ne, AT-ST. Boah, die Sounds sind einfach das Beste. Weil man sie alle aus den Filmen kennt. Schade, dass der Sprecher, der deutsche Darth Vader, sich irgendwie komisch anhat, finde ich. Vielleicht müssten die ja nur noch den, äh, keine Ahnung, in den Rücken schießen. Ich weiß es nicht. Die Leiter können wir leider nicht mehr bekommen, oder sowas. Lass wir einfach mal schnell hinfliegen und den abschießen, zerstören. Von AT-AT. Oh, naja. Ich wurde von mir selbst getötet mit Dämpferdreffen. Warum machst du sowas? Amanda Han Solo ist eingetroffen. Ja, meine Granate hat ein eigenes Leben getötet. Au. Und wollte... Und wollte mich töten. Okay, sie hat... Vor Energie. Y-Wing hat den Kampfläufer als Ziel erfasst. Verdammt! Oh, ich hab den sogar getroffen. Ich hab auf jeden Fall einen Kill-Assist bekommen. Da ist der Cornelius. Der grüne Punkt. Warte mal. Wir werden die Punkte schon gewinnen, keine Sorge. Ja. Ich glaub mal, es gibt kein Gewinn oder Verlieren mehr. Ich glaub doch. Müssen wir nur lang genug spielen, bis neue AT-AT kommen. Das geht? Nein. Nee. Nein. Aber... Ich denke, der Server ist einfach des... des Todes. Oh mein Gott, sie sagen Y-Wing. Ist das richtig? Ich hab's immer Y-Wing genannt. Ja, ich auch. Deswegen. Es hört sich schrecklich an, wenn man an Y-Wing gewöhnt ist. Darklink aktiviert. Warum aktiviert keiner die Verteidigung? Das Imperium schlägt sicher zurück. Das macht keinen Sinn. Vorsicht, das Imperium schlägt sicher zurück. Hat er gesagt. Hat er jetzt nicht gesagt. Darklink online. Oh mein Gott. Nein. Wär zu schön, um wahr zu sein. Bande! 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 Kritscher Kill-Assist Kill-Assist Scheiße, warum kann ich niemanden mit dem letzten Schuss töten? Achtet auf imperiale Einheiten! Ah, so eine Kacke! Ich würde auch gerne aus der Hüfte so gut schmeißen können. Hahaha, das ist cool! Ich bin der Brückentroll. Willst du über die Brücke gehen, musst du dreimal reden und Antwort stehen. Dann darfst du auch die andere Seite sehen. Nein! Versuch's auch nicht nochmal. Wir haben die Uplinkstation unter Kontrolle. Wir verteidigt sie. Ich häng am Stein fest. Na, lass das. Bau! Plan B. Okay, du kannst, äh, ja, nicht gewinnen. Das ist nicht fair. Nein! Äh, wir können eine Coop-Mistur machen. Ich meinte, es war vorhin, der Chat sagt, nein, es ist kein AT-AT. Ihr habt vollkommen recht, AT-AT sind die großen, ATS-T sind die kleinen. Es war mein Fehler. Es tut mir sehr leid. Achso, da ist dieser Scanner. Weil da ist es, glaube ich, nicht verbaut. Ja, wir können einen anderen Server suchen gleich. Wenn die Runde vorbei ist. Haha, sehr gut. Und 3, 2, 1. Boom! Du hast meinen Partner getötet. Der AT-AT steht da schon die ganze Zeit. Und, und? Sagst du, ich bin diskriminierend gegen eine HUMO-E oder was? Nein. Nein. Du darfst zusammenleben, mit wem du willst. Ein guter Freund von mir ist homosexuell. Aber bevor wir jetzt weiter über dieses Thema reden, weil es kann nur schief gehen, wechseln wir einfach zu, äh, Pew, 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 pew. Überall Laser. Nein. Ah, das ist doch die Sache, die ich, äh, was, was ist die Taste für Nahkampfangriff? Ah, mittlere Maustaste. Stimmt, die auch. Ah, das ist der Jetpack, gut. Unsere Spione haben bestätigt, dass Palpatine in der Nähe ist. Ey, wie kann ich... Weil gerade, wo mir der Kolben ins Gesicht geschlagen wurde, habe ich gedacht, ah, das ist eigentlich ganz gut, das will ich auch mal machen. Der HTS-Test ist wirklich wirklich von überall, ey. Sandmann ist Luke Skywalker geworden. Und ich bin... ...Kannere Palpatine. Danni, bist du das? Ja, ich hab ihn gefunden, der ist hinten an der Ecke. Ja, ja, der ist hinter dem Tang. Ich hab ihn gefunden. Gut. Er kommt Luke Skywalker. Los Palpatine. War kacke. Lass mich in Ruhe schweigen. Ich glaub, du bist tot. Wir haben den Imperatorin. Rakete im Anflug. Ich hab lieber nochmal drauf geschissen. Ich wollte ihn denunzieren. Macht man doch so in Halo ist das doch hier, oder? Ey, das gibt's doch nicht. Ich wurde jetzt schon dreimal in Folge... Halo gibt's nicht, das hab ich geträumt. Dann soll ich mir die Rechte sichern. Halte die Augen nach feindlichen Einheiten offen. Zielerfassung des Y-Wing abgeschlossen. Sah so aus, wenn ihr das Frinty Fire war, aber es geht nicht. Es gibt keins. Richtig. Über die Krippe! Ich werde Schmetter legen! Wie der Pruf sie alle frisst! Da kommt er von der Seite rein und früht alle. Das fand ich gar nicht mal schlecht. Das war ich, glaub ich, in den Cut rein. Wenn ich einen mache. Obwohl, der Abschluss war jetzt nicht so... schön. Mensch, Kufi, lass mich doch mal in Ruhe. AT-AT von Y-Wing anvisiert. Boah, wie viele Punkte schon der erste Platz hat. 32.000. Oh. Vor allem der AT-AT... Ach, weißt du warum? Oder? Ne, der schützt sich hinter dem... Der AT-ST stürzt sich hinter dem AT-AT. Aber warum? Also, oder... Sorgt der dafür, dass das gebackt hat? Ich weiß es nicht. Weil der schießt auch durch den durch, glaub ich. Gute Nacht, MacGuffin. Den müssen wir ja gar nicht länger machen. Wenn jetzt schon die Leute gehen. Weil müde. Aber er ist ja auch mitten in der Woche. Man sollte das lieber morgen, Fray, nochmal versuchen. Jetzt läuft es ja auch sauber. Echt, das gibt's doch nicht. Ich habe dich gerecht. Dankeschön. Weiß nicht zu schätzen. Das ist bestimmt das Baujahr. Irgendwie ist dieser Kampf so ziellos. Ich gehe lieber durch den Stützpunkt. Dann wäre ich vom Geschütz nicht zerstückelt. Ich wollte das Geschütz gerade ausschalten. Ich will das Signal reaktivieren. Yes, ich habe das Geschütz zerstört. Ach nö. Ich bin sehr entschrecklicher Mensch. Ja, wir suchen mal einen anderen Server, weil sonst geht das hier nie zu Ende. Das stimmt. Gut. Okay.